Hallo und herzlich willkommen bei Gartenzeile. Sie ist allseits beliebt und in vielen Abwandlungen erhältlich. Die Thuja-Pflanze, gemeinhin als Lebensbaum bekannt. Als Heckenpflanze ist sie geradezu unschlagbar, denn sie ist pflegeleicht und vor allem wächst sie schnell, was besonders dafür spricht, eine solche Hecke zu setzen. Schließlich wird sie meist deshalb geplant, damit man eine blickdichte, schöne grüne Mauer erhält. Zudem ist die Pflanze äußerst schnittverträglich, weshalb sie auch in geringen Höhen gehalten werden kann. Doch die heißen und vor allem viel zu trockenen Sommermonate der letzten Jahre sind auch an diesen eigentlich verträglichen und genügsamen Pflanzen nicht spurlos vorübergegangen. Und so manche Hecke ziert jetzt die eine oder andere braune Thuja-Säule in der Mitte. Was kann man da tun und wie wird der Schaden am schnellsten unsichtbar? Diese Frage wollen wir uns heute widmen. Viel Spaß beim Schauen! Die Thuja-Pflanzen vertrocknen, wenn sie in einer langen Periode ohne Regen nicht gegossen werden. Aber noch etwas anderes setzt ihn zu. Wird gegossen und das zu viel, zeigen sich die gleichen Schäden wie beim Vertrocknen. Auch eine Überdüngung oder Wurzelfäule können die Ursache für braune, abgestorbene Triebe sein. Im Großen und Ganzen muss man sagen, ein vertrockneter Thuja ist nicht mehr zu retten. Allerdings kommt es auf dem Grad der Verbrennung an. Solange nur wenige Triebe betroffen sind, kann man diese abschneiden und die Thuja-Hecke anschließend reichlich gießen. Mit etwas Glück erholt sich die Pflanze. Ist der halbe Baum betroffen, schneidest du ihn radikal zurück. Allerdings muss man folgendes bedenken. Dort, wo hinter dem Grün geschnitten wird, treibt die Pflanze nicht wieder aus. Meist bleibt der Rettungsversuch bei einem Lebensbaum erfolglos. Der Busch muss ausgegraben und ersetzt werden. Meist geht es schnell und die offene Stelle in der Hecke schließt sich wieder. Aber dann solltest du bedenken, die neuen Pflanzen immer wieder zu gießen, damit das gleiche nicht wieder so schnell passiert. Bis die Wurzeln eines Lebensbaums in ihrer vollen Größe erreicht haben, vergehen bis zu zwei Jahre. Bis dahin ist es nötig, regelmäßig zu gießen. Das ideale Gießverhalten ist es, einmal wöchentlich stark zu wässern, wobei pro Pflanze rund 10 Liter angemessen sind. Dabei solltest du möglichst morgens gießen und Acht geben, dass das Grün nicht so nass wird. Das beugt einem Schimmelbefall vor. Viele fragen sich, wie es sein kann, dass selbst alte Thuja-Hecke, die lange problemlos gewachsen sind, in der letzten Zeit vermehrt absterben. Ganze Hecken bekommen braune Stellen und verfärben sich zunächst an den Triebspitzen. Schließlich ist in kurzer Zeit der gesamte Baum dürre und stirbt ab. Noch häufiger tritt das Phänomen an frisch gepflanzten Hecken auf. Diese lassen sich manchmal noch retten, wenn man sofort reagiert. Dass es vermehrt zum Sterben der Lebensbaumhecken kommt, dürfte wohl am Klimawandel liegen, auch wenn der nach wie vor von vielen bestritten wird. Doch dass die Wetterextreme heftiger, die Sommer heißer und trockener werden, dürfte inzwischen allen aufgefallen sein. Hat man eine Thuja-Hecke, die erst Verbrennungserscheinung zeigt, sollte man sofort tätig werden und gießen bzw. stellenweise zurückschneiden. Doch ist nichts mehr zu machen, hilft nur noch ausgraben und durch neue Pflanzen ersetzen. Ist die ganze Hecke betroffen, sollte überlegt werden, ob eine andere, weniger anfällige Hecke in Frage kommt. Recht trockenresistent und immergrün ist Beispiel Kirschlorbeer, der ebenfalls gut schnittverträglich ist und zudem schnell wächst. Wir hoffen, euch hat dieses kleine Video gefallen. Wenn ja, dann lasst uns doch ein Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Schaut euch auch gerne unsere weiteren Videos zum Thema Hecken und Heckenschnitt an. Wir haben sie euch in der Videobeschreibung verlinkt. Falls du ein Freund des schriftlichen Wortes bist und dich für das Thema Garten interessierst, schaue gerne auch auf unserem Gartenmagazin unter www.gartenzeile.de vorbei. Bis zum nächsten Mal.